Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Durchgefallen. Ein Poet? Das hab ich auch mal geschafft. Aber sonst niemand. Ich weigere mich, dieses lächerliche Geschreibsel weiter zu finanzieren. Ich bin Johann. Johann Goethe. Ich sah dich. Ganz wahr mein Herz an deiner Seite. Und jeder Atemzug für dich. Lächerlich. Das ist wahrlich lächerlich, dass Sie nicht an sich glauben. Scheint es dem Gerichtsrat zu gefallen, mein Kind. Du wirst Herrn Goethe nicht wiedersehen. Ich muss zu ihm. Wär das jetzt nicht der Augenblick? Welcher Augenblick? Der, in dem Sie mich küssen. Er macht mich so gespannt. Ich finde eine Satisfaktion. Wenn sich die Liebe die Welt im Inneren zusammenhält. Aber ohne sie kann Werder nicht leben. Trotzdem werden die beiden immer zusammenbleiben. Nicht in der Wahrheit. Aber in der Dichtung. Nicht in der Wahrheit. Nicht in der Wahrheit. Entwählen? Vielen Dank.